There were tons of iron and metal scrap on the side, in the stables, in the barn, in the attics of the buildings, behind the fences, in the basement of the main house. Several scrap dealers have gradually fetched everything. It's a form of recycling and it is a method of cleaning up. Auf dem Gelände lagen wirklich Tonnen von Eisen und anderem Metallschrott in den Ställen in der Scheune, auf den Dachböden der verschiedenen Gebäude, hinter den Zäunen, im Keller des Haupthauses. Mehrere Schrotthändler haben nach und nach alles geholt. Das ist auch eine Form des Free Cycling und es ist eine Methode aufzuräumen.